Moin und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, jetzt zeige ich euch mal in einer kleinen Art Vlog ganz kurz mal, wo ich meine Unboxings gemacht habe. Also wie man hier sieht, wir sind hier draußen auf unserer Terrasse. Ich habe hier auch extra so einen schicken 1.4G Aufkleber, den ich vom Karton abgefummelt habe, an die Wand geklebt. Hier sieht man auch die Reste vom letzten Karton, den ich geunboxt habe. Schöne Sachen dabei. Von Blackbox, schöne Batzen, Wet Meteor von Jorge, Schokolino, 25 Grad. Ja, Wet Meteor, hier seht ihr den Karton. Ja, auch noch ein paar weitere schöne Sachen. Dabei zum Beispiel auch Plus Plus von Triplex. Ja, hier seht ihr zum Beispiel meine Resteecke. Hier habe ich die Kartons schon mal zerkleinert oder auch einfach hingeworfen und zum Beispiel auch hier Trennung gemacht zwischen Papier und Plastikmüll und sowas alles. Da habe ich hier halt immer alles ausgepackt und habe es danach reingebracht und halt dementsprechend positioniert für das Video von meinem Gesamteinkauf, was ihr auch demnächst in den nächsten Tagen zu sehen bekommen werdet. Bis bald und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht für diesen kleinen Einblick hinter die Kulissen ein Like, ein Abo oder vielleicht auch einen Kommentar da lassen würdet. Bis bald!